Endlich, wir sind in der Startphase zum Fackersee angekommen. Auf dem Hof von Willi geht es rund und jetzt muss noch die alte Lady eingeladen werden. Dafür haben wir extra diesen Transporter gemietet bei Tränkle in Weingarten. Und da hat sie auch schön Platz und kann sich ausruhen, bis sie dann so 10 Kilometer vor dem Fackersee noch in den Einsatz kommt. Es wäre zu viel für sie, die ganze Strecke von 480 Kilometer zu fahren. Und jetzt wird sie noch eingeladen. Das ist für Willi noch ein bisschen Stressarbeit. Aber wir schaffen es, denn sie ist ziemlich schwer und rostig. Aber es klappt. Und jetzt steht sie drin. Und los geht's. Karte noch einlesen, dann eingeben in den Navigationscomputer. Inklusive unserem Sperrmüll, den wir natürlich am Fackersee im Zellplatz dann ausbreiten. Noch die Maschinen zusammenstellen, Gruppenbild in die Hocke und los geht's.